Mir ging es ganz zu Beginn mit dem Start der Behandlungen schon so wahnsinnig gut. Ich habe von Anfang an schon während dem Schreiben gemerkt, da überrollen mich die Emotionen, da kommt so wahnsinnig viel hoch, du spürst richtig die Themen, um was es geht. Und das wurde mit jedem Mal intensiver. Beim zweiten Durchlauf einen Tag später habe ich nicht nur gekichert, ich habe Verrührung geweint, ich habe einfach alles gespürt, es war unbeschreiblich. Ich habe dann bei dem dritten Anlauf, es war schon nur mehr high sozusagen, ich habe dann schon gesagt, das ist so intensiv, ich spüre richtig alles, ich merke alles währenddessen, fühle mich schon so gut und zum Schluss war ich tiefenentspannt nach der dritten Sitzung, das war das Intensivste, was ich jemals gespürt habe. Und war im Endeffekt wie high, ich war wirklich wie high und habe noch gesagt zu meinem Coach, oh mein Gott, das ist besser als jede Droge. Ich habe mich nur gut gefühlt, ich habe mich positiv gefühlt, es war unbeschreiblich. Ich habe wirklich überrollte Emotionen, ich war nur mehr glücklich seit der ersten Anwendung, nur mehr happy, nur mehr glücklich im Vertrauen. Alles, was ich mir gewünscht und aufgeschrieben habe, was ich möchte, weiß ich mit einer hundertprozentigen Garantie. Es wird so sein, es wird so eintreffen. Du hast wirklich ein riesiges Vertrauen gespürt. Ich habe gemerkt, es wird so sein, es wird so eintreffen. Ich habe auf einmal eine überflute Liebe gemerkt. Ich habe diese Selbstsicherheit gehabt, es wird genauso alles eintreffen. Und ich bin seitdem wie ausgewechselt. Seit der ersten Anwendung kann ich wirklich garantieren, man spürt sofort einen Unterschied. Wie jegliche kleine Symptome benennt man dann, wenn man im Nachgang was spürt. Auch die gehen dann wieder mit der Bearbeitung weg. Und man ist wirklich einfach nur von Anfang an tief entspannt, positiv, zuversichtlich. Und ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben überglücklich. Es gibt nichts, ich sage auch nur die kleinsten Kleinigkeiten, die mich jetzt noch verunsichern, runterreißen oder irgendwie in Unsicherheit bringen. Ich schwöre wirklich jetzt auf diese Anwendungen von am Beginn an. Und jedes Mal, wenn ich dann denke, ich habe ein Thema, was ich noch bearbeiten will, werde ich auch das aufnehmen. Und ich empfehle es auf jeden Fall wirklich jedem allein, weil ich jetzt immer nur merke und frage, mein Gott, du strahlst so. Ich schwöre wirklich mittlerweile darauf. Ich kann es jedem nur wirklich während des Herzens legen, wenn man sofort einen Effekt bemerkt, spürt und das auch im Außen wirklich wahrgenommen wird. Bei der Daumen hoch.